Moin Moin, liebe PyroStuffArmy und willkommen zu einem neuen Test mit den Funke Octoplus Heulern. Manche sagen dazu auch Octopus, warum auch immer. 10 Gramm NEM haben diese pro Stück und man kann die auf jeden Fall vergleichen mit den 8-Steppern. Ja, die gibt es in gewissen illegalen Märkten im Internet. Und du kannst die jetzt mal bitte öffnen, dann schauen wir uns die mal an. Ja, genau, drei Stück sind da drin. Siehen halt so aus wie ein klassischere Böller, aber ist ja kein Böller, einfach nur ein Heuler, den man leider nicht in die Luft werfen kann, also da passiert halt nichts. Genau, und dann viel Spaß beim Test. Okay, der war schon extremst laut, oder? Alter, die Balter. Nee, das habe ich noch nie gesagt, aber egal. Junge, Junge. Ist ja unfassbar. Jo. Das hört sich immer so an, als wenn die Dinger gleich explodieren. Alter Schwede. Meine Ohren sind schon ein bisschen betäubt. Und hier hat jemand irgendwas angefackelt in der Tonne. Und Leute, immer dran denken, es ist gerade sehr feucht und es nieselt auch ein bisschen. Nicht bei trockenem, bei trockenem Regen wollte ich gerade sagen, bei trockenem Wetterzünden. Das geht nicht gut aus, wie man da erkennen kann anscheinend. Joa. Genau. Jetzt gibt es noch eine Slow-Mo. Also schön dranbleiben. Ja. Ich arbeite, ich arbeite. Ich bin aufsett. 50,000 on my head is disrespect So offended that I had to double check I'ma always take the money over sex That's why they need me out the way, what you expect?